Sämtlich Produkte in diesem Video, die ich benutze, sind von der Firma Henssler's zu finden auf henssler.shop. Und jetzt viel Spaß! Bonjour und herzlich willkommen zu Henssler's schnelle Nummer. Heute gibt es einen französischen Klassiker, Coq Auvin. Ah, hört sich kompliziert an, ist aber einfach ein Klassiker, der es tatsächlich nicht in unserem Buch geschafft hat. Deswegen heute hier sozusagen in unserer Lieblingsshow. Was man braucht, ich habe schon ein paar Kleinigkeiten vorbereitet. Rosmarin, Kymian, Zwiebel kleingeschnitten, Speck braucht man, ein bisschen Knoblauch. Hier habe ich jetzt englisch Sellerie oder Staunensellerie, Karotte und Champignons. Weil der Fokus liegt jetzt erstmal auf dem Hähnchen. Das ist ein grobes Bauerngericht und genau so gehen wir jetzt auch ran. Ganzes Hähnchen und was wir dann machen, erstmal die Keulen rausholen. Ein Schnitt hier an der Seite. Dann zieht man so ein bisschen hier das Ganze auf und dann sieht man hier, kommt da der Knochen raus. Mit dem Messer vorsichtig jetzt hier. Kannst du es gut sehen? Ja, alles. Sehr gut. Einmal lösen. Das gleiche auf der anderen Seite. Hier oben ein so ein Schnitt. Einmal aufziehen. Aus dem Gelenk raus. Und dann hier mit dem Messer, ich mache das hier mal auf die grobe Nummer. So, und jetzt hier dazwischen ist noch so ein Gelenk. Da schneiden wir uns einmal rein, gucken wo er ist. Warte mal, wo ist er? Da ist er ungefähr. Na, wo ist er? Man kann sowas natürlich auch fertig kaufen, ne? Oh, Hänseler wieder, du. Komm mal her, du. Da ist er. So, halbieren das. Und wenn man will, könnte man das theoretisch auch nochmal halbieren, aber... So mal her. Schnell mal hier rein. Knicken einmal. Mit dem Messer lieber weglegen. Einmal knacken. Da hört man schon, wo es ist. So, einmal dazwischen durch. Das sind unsere ersten Hühnerkeulen. Die lege ich einfach mal hier hin. Jetzt gehen wir an den Flügel ran. Den holen wir jetzt auch hier raus. Knacken wir so ein bisschen an. Jetzt mal schneiden an. Und lassen die Flügel nicht, wie man es sonst kennt, immer an der Brust. Sondern holen den auch raus. So. Auch einmal hier durch. Einmal knack. So. Komm her. Den kleinen Schnuffi kann man auch noch abschneiden. Wollen wir den abschneiden oder wollen wir ihn dranlassen? Können wir nicht dranlassen, ne? Alles Geschmack. Alles Geschmack, würde ich auch sagen. So. Dazu. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Schnitt. Rausbrechen. Vorbeischneiden. Einmal anknacken. So. Und jetzt geht es an die Brust. Weil da ist wichtig, die Brust jetzt nicht gleich... Na, komm her. Die Brust nicht jetzt auslösen, wie man es vielleicht sonst kennt. Sondern wir schneiden jetzt hier unter der Brust durch, dass die Brust an der Karkasse bleibt. Und jetzt halbieren wir die Karkasse einmal in die Richtung. So, gehen wir mit dem Messer rein. Richtig schön. Richtig schön. Einmal durch den Knochen durch. Und jetzt hier auch nochmal. Das Ganze muss ich ein bisschen aufpassen. Ihr wisst ja, Hühnerkarkassen manchmal ein bisschen spitz. Vorsichtig sein. Aber das ist die Idee, dass man den ganzen Geschmack alles mitnimmt. Und nicht nur das Fleisch anbrät. So, komm her. Top. Das schaut gut aus. Jetzt kommt das Ganze hier aufs Brett. Wird gewürzt. Kräftig. Salz und Pfeffer. Machen wir mal richtig an hier. So. Schön so ein bisschen verteilen. Dann dazu ordentliche Ladung Pfeffer. Keine Sorge, da kommt ja sehr viel Wein dazu. Deswegen, wir brauchen viel Geschmack gleich am Anfang. Jetzt lassen wir unsere Sautépfanne. Das könnt ihr entweder im Topf machen oder ich mache das hier in unserer Sautépfanne. Sautépfanne, der große Unterschied. Wir haben natürlich auch die Warmstruktur zum Anbraten. Kann man auch mal anbraten, aber ist der hohe Rand. Kann ich wunderbar drin schmoren. Und ich nehme hier Bratöl mit Butter und Knoblauchgeschmack. Jetzt sieht man schon, Öl ist heiß. Und jetzt braten wir unsere Hähnchenteile von beiden Seiten kräftig an, dass wir richtig Geschmack nehmen. Man sieht es auch hier, das muss man zweimal machen. Also das ist sozusagen die erste Rutsche. Seht ihr hier? Die braten wir jetzt kräftig an, holen sie raus. Zweite Rutsche, dann kommt das Gemüse. Jetzt seht ihr hier, alles angebraten. Erste Fuhre schon fertig, zweite jetzt auch. Und jetzt Pfanne einfach so stehen lassen. Und als erstes kommt jetzt der gewürfelte Speck. Denkt nur daran, dass ihr richtig Speck, wo auch Fett mit dran ist, Geschmack, ne? Schwarte ab. Weil alles, was wir jetzt reinmachen, wird nachher auch mitgegessen. Also wir machen jetzt so einen kleinen Röstansatz. Fangen wir mit dem Speck an, da kommt noch das Gemüse nach und nach, aber alles wird gegessen. Aber erstmal hier, schön Speck in dem ausgelassenen Fett auslassen. Zweimal auslassen. Speck ist ein bisschen ausgelassen, Speck Fett auch. Jetzt kommen dazu hier die Zwiebeln. Da habe ich auch noch Knoblauch mit reingehauen. Rosmarin, Thymian. Und hier haben wir jetzt Karotte und Staudensellerie. Und müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Soßenansatz. Jetzt rösten wir das Ganze. Und was es jetzt natürlich eine Möglichkeit gibt, da sind wir uns gerade beide noch nicht so ganz sicher, aber eigentlich, man könnte es machen. Man könnte natürlich zum Schluss ein bisschen Tomatmark mit rösten. Aber wir haben uns heute entschlossen, es heute mal ohne zu machen. Also bis jetzt. Das Gemüse hat jetzt hier drei Minuten im Topf geröstet. Und wir haben uns umentschieden, ein kleines bisschen Tomatmark. Ein kleines bisschen für den Geschmack rösten wir mit. Und was ich auch nur empfehlen kann, ist jetzt auch ein bisschen Salz und Pfeffer in den Gemüseansatz mit reinzugeben, dass er auch gleich ein bisschen Geschmack hat. Und jetzt hier Tomatmark noch ein bisschen mitrösten und dann wird gleich abgelöscht. Knappe zwei Minuten habe ich das Tomatmark jetzt mitrösten lassen. Und wenn es so ein bisschen riecht, das ist so, es riecht überhaupt nicht verbrannt, aber so schön Röstaromen liegen in der Luft. Man sieht so eine leichte rote Farbe. Dann, vorm Ablöschen, kommt noch Mehl dazu. Jetzt mache ich hier mal so knapp anderthalb Esslöffel. Das ist wichtig, dass wir ein bisschen Bindung in die Geschichte kriegen. Merkt ihr gleich, hört ihr das? Das ganze Mehl saugt jetzt die Flüssigkeit auf. Sozusagen die da noch drin war. Wir lassen es kurz mitrösten, weil das bringt auch noch mal Geschmack. Und jetzt kommen wir, bleiben einfach drauf. Röst das Mehl einmal durch. Man merkt, es wird auch ein bisschen leiser in der Pfanne, weil natürlich die freie Flüssigkeit durch das Mehl jetzt schon gebunden wird. Und jetzt löschen wir großzügig mit Rotwein ab. Lass das jetzt einmal kräftig aufkochen, dass sich der Bodensatz löst. Und dann kommt das Hühnchen dazu. So, aufgekocht. Jetzt brauchen wir noch Brühe dazu. Könnt ihr natürlich gekaufte Brühe nehmen, die fertig ist. Ich nehme jetzt hier mein Brühpulver, wie man es halt so macht. Teelöffel rein. Das ist ungefähr die Menge, die ich brauche für diese Menge an Flüssigkeit. So. Das verkocht sich gleich eh. Und was ihr jetzt macht, jetzt packt ihr die Hähnchenteile vorsichtig da rein. So. Dass sie schön untergehen. Ich mach das mal und sehen wir uns gleich wieder. So, komm her. Letzter auch noch rein. Ah, guck mal. So muss das aussehen. Richtig voll bis oben hin. Wichtig, den Saft aus der Schale mitnehmen. So. Und jetzt hier ein bisschen noch verteilen. Komm her. Hm, wichtig, das Knochen nach oben. Fleisch in die Brühe rein. Ah. Das riecht schon richtig gut. Jetzt Hitze reduzieren. Deckel drauf. Und jetzt lassen wir es so ganz, ganz leicht nur blubbern. Und dann schmort das. Ich würde mal denken, Stündchen locker. Vielleicht auch anderthalb. Wir gucken. Eine Stunde haben wir das Hühnchen jetzt köcheln lassen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Komm mal her, hier. Hm. Schaut gut aus. Machen wir mal so einen kleinen Anschnitt. Ah ja, perfekt. Mh, der ist schon lecker. Und was wir jetzt machen. Oh, halb. Man holt das Hühnchen raus. So. Machen das in einer Auflaufform. Komm mal her. Und lassen den Rest jetzt reduzieren. Weil natürlich das Hühnchen jetzt gar genug ist. Wir wollen auch nicht, dass es komplett jetzt drisch wird oder sowas. Aber man sieht natürlich, wir haben noch relativ viel Flüssigkeit. Und jetzt erzeugen wir Geschmack durchs Einkochen. Guck mal her. Alles raus. Dann schauen wir mal her. Lass mal durchgucken kurz hier. Haben wir alles. Haben wir alles. Jetzt ziehen wir die Hitze ein bisschen hoch. Lassen das reduzieren, dass wir richtig schön ein bisschen mehr Bindung kriegen. Ein bisschen mehr Geschmack. Packen das wohl gesündeste, was es auf dem deutschen Markt gibt, auf das Hühnchen drauf. Nämlich Alufolie. So, damit die schön warm bleibt. Kann man auch in den Ofen stellen. Jetzt so bei 80 Grad. Das ist einfach Zimmertemperatur behält. Und gucken jetzt hierzu, wie das Ganze reduziert. Jetzt könnt ihr die Konsistenz sehen. Ein bisschen angedickt. Eingekocht. Sieht man auch hier den Rand. Was man jetzt ein bisschen macht, würde ich einmal kurz... Ein bisschen die Sträucher. Ja, da muss man den Thümen einmal, wenn ihr es so zum Packen bekommt, kurz rausholen. Weil jetzt ist der Moment, wo wir die Pilze reingeben. So. Die lassen natürlich auch wieder ein bisschen Wasser. Das heißt, das Ganze wird gleich wieder ein bisschen flüssiger. Und was wir jetzt machen, damit das Ganze auch sozusagen eins wird, das Huhn wieder draufpacken. Ich habe ja hier jetzt das unter der Folie gehabt. Das hat noch Temperatur. Komm, dann machen wir hier mal einfach oben drauf. Zack. So. Ein bisschen schön, ein bisschen da rein, so, dass es sich ein bisschen verteilt. Auf die Pilze drauf. Und jetzt, Deckel drauf. Mittlere Hitze und nochmal schön durchziehen lassen. Bah, 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 bah. So, warm gesprochen. Jetzt das Ganze nochmal so knappe 10 Minuten hier köcheln lassen. Und jetzt ist Zeit, anzurichten. Machen wir mal aus. Ah, das duftet. Wie in einer französischen Brasserie, muss ich sagen. Und jetzt, natürlich wird man das so auf den Tisch stellen, mit einem Holzbrett drunter. Eine Kelle dazu geben, einen Löffel. Ich hole jetzt einfach mal eine Portion raus. Das heißt, einmal ein Stück Fleisch. So. Dann dazu hole ich mir hier mal raus ein bisschen Gemüse. Richtig schön. Mh. Durchgeschmort. Tolle Farbe. Eine wunderbare Konsistenz. Kommt das Süßchen drauf. Guten Appetit. Und jetzt guten Appetit, weil Schwanz im Wein. So. Guck mal her. Mh. Natürlich, vor allem, so ein Gericht ist auch was fürs Näschen, muss man sagen. Das ist ein toller Geruch. Mh. Boah, das ist heiß. Mh. Das hat vor allem, der Wein verliert natürlich auch den Alkohol, nicht ganz, ne? Also, wer jetzt eine Frage stellt, wie kann ich Coq Novin ohne Wein kochen, weil, keine Ahnung, meine Kinder das essen wollen oder sonst was, ich mag kein Alkohol, dann kochen gar nichts, sage ich dazu. Mh. So eine ganz milde Säure. Oh, guck mal, das ist richtig. Mh. Wie so ein Soßenansatz mit Gemüse. Dazu das Hähnchen. Zu rechten Klassiker. Zu rechten Klassiker, muss man wirklich sagen. Tolles Gericht. Kocht es nach, es dauert ein bisschen Zeit, aber eigentlich hast du alles in einem Topf oder in einer so Teepfanne. Deckel drauf, kannst vergessen, kannst Staub saugen, Fernsehglotzen. Geil. Happy Day. Hier kommt die Einkaufsliste. Mh. Trabien, Trabien. Und die Einkaufsliste für Coq Novin. Für zwei Personen braucht ihr ein Hähnchen von 1,5 Kilo, zwei Karotten, zwei Stangen Staunselerie, drei weiße Zwiebeln, 150 Gramm Speck, ein Esslöffel Tomatenmark, je zwei Zweige, Rosmarin und Thymian, zwei Knoblauchzehen, halben Liter Rotwein. Dann braucht ihr halben Liter Brühe und anderthalb Esslöffel Mehl. Und ich habe natürlich Henslers Gemüsebrühe benutzt. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.